Was ist das für dich? Happy, total happy. Es war kein Schmerzen, Druckschmerz ist normal. Aber wir haben alles gut überstanden und wir sind total happy. Und wir kommen dann im Vierteljahr wieder, lassen die andere Seite noch machen. Und ich fühle mich jetzt schon, obwohl noch alles geschwollen ist, wie normal ist, fühlen wir uns jetzt schon total toll und happy. Und wir sind sehr dankbar.